Hallo Leute, herzlich willkommen auf einer Starter Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, einen neuen Simulator, nämlich den Gino Simulator, irgendwie, keine Ahnung, wir müssen hier irgendwie Blumen-Dingsen, keine Ahnung, und wenn ich 200 erreicht habe, soll man die, glaube ich, verkaufen, ich habe keine Ahnung, ähm, ja, aber ich glaube, das soll man tun. So, hier sind auch so komische Sounds tatsächlich, aber jetzt müssen wir mal gucken, muss ich das jetzt da hinten hin zu mir? Das ist jetzt die Frage. Öffne das Eiermenü, öffne das Ei. Einfach das Ei anschlagen, yes, so. Ein gewöhnlicher Biene. Aha, die kommt jetzt mit mir, glaube ich, und hilft mir dann. Okay, mach mal den Chat hier aus. So, aber wo soll ich jetzt diese Dinger hier hinbringen? Ne, das hier ist ja nur der Shop. Shop öffnen. Ha, Shop verlassen, ja. Ah, da ist die Biene. Ich weiß nicht, wo ich das hinbringen soll. Soll ich das hier, muss ich das hier hinbringen? Honig machen. Ah, so muss ich das machen. Aber warte, kann ich, kann, kann das, ah, nimm das jetzt und packt es dann da rein. Aha! Jetzt habe ich 360 Honig. Komm mit, Biene. Okay, ich verstehe jetzt das Konzept. Ich habe es nämlich als erstes nicht verstanden. Was kann man hier machen? Okay, hier kann man sich diese, was war, kann man sich diese, äh, Dinger holen. Diese Eier. Okay. Dim, 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 dim. Jetzt muss ich wieder zurück, ähm, und, wieder, äh, einmal meine Dingschen, wieder Honig machen. Biene, komm her, nimm den Honig. Perfekt. Ach, scheiße. Warte, tausend Honig brauche ich für ein Ei. Okay, okay, okay. Dann machen wir mal wieder Honig, ne? Okay, ich verstehe aber jetzt, was ich machen soll. Also das, die nimmt jetzt den Honig, macht dann da irgendwie, äh, die nimmt jetzt hier die Pollen und macht daraus Honig. Und dann kann ich mit, äh, dann kann ich mit dem Honig mir neue Dinge holen. So, jetzt habe ich 600. Wenn ich jetzt nochmal 400 bekomme, kann ich mir hier ein neues Ei holen und kann dann noch eine Biene holen und immer so weiter. Bis ich dann irgendwann so viele habe, wie die hier. Okay, okay, okay. Oh, was ist jetzt passiert? Ach, die Biene hilft mir auch. Die Biene hilft mir ja auch, äh. Seit wann kann ich denn jetzt 250? Ich muss das nicht verstehen. Ich kann jetzt komischerweise 250 auf einmal. Da ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ähm. Weiß aber nicht, was ich machen soll. Nächstes auch ein Fragezeichen, das ist bestimmt Hilfe, ne? Aha, aha, aha. Ja, gut. Was, ich habe erst 100, äh, 850? Da ist das hier eigentlich, ah, irgend so ein, keine Ahnung. Was ist das? Honigabzeichen. Quests. Sammle 1000 Weißpollen. Sammle 1000 rote Pollen. Ja, dann mache ich jetzt mal die Weißen, gell? Quests, ja. Oh, hier regnet's. Ach, wahrscheinlich damit's wieder wächst. Ach, ich bin voll. Hier ist irgendwie alles auch noch ein bisschen auf, ähm, also noch so weihnachtlich gemacht. Keine Ahnung warum. Also Weihnachten ist ja schon vorbei. Aber ist auch egal, jetzt habe ich nur noch 200, aha. 1000, ja, endlich. Jetzt hole ich mir nämlich die neue, eine neue Biene. Perfekt, so, komm mit. Du kriegst jetzt einen Bienenfreund-Biene. Ne? Du hast jetzt eine zweite Biene. Ja! So, jetzt habe ich ein Ei. Ja, jetzt habe ich einen Standard-Dingspunkt. Kann man ja nicht aufs Denken, ne. Und, ja. So. Perfekt. So. Geschenk. Ein festliches, verpacktes Geschenk. Tausche es mit einem NPC gegen Preis. Einen NPC? Aber hier ist gar kein NPC. Weiß ich nicht, weiß ich. Weiß ich nicht. Na, ich muss weiß zusammen. Na, nicht mehr lange. Und dann habe ich die 1000. Ach, jetzt habe ich ja zwei Bienen. Jetzt kriege ich ja noch schneller. Ah, ich bin schon wieder voll. Perfekt. Glaube tatsächlich, dass ich dann, ähm, mehr Dings brauche. Guck mal, jetzt kommt die zweite und nimmt auch nochmal Honig. Jetzt kriege ich nämlich schon schneller immer das leer. So, die eine ist fertig und die andere auch. So, ich gehe jetzt mal kurz gucken. Ups, ha. Wie viel Honig ich brauche, um neue Dings zu bekommen. Was war das? Okay, also hier kann man sich mehr Platz holen. Und hier kann man sich einen besseren Gegenstand holen. Das heißt, ich müsste auf 650 sparen und auf 800. Okay, sollte doch eigentlich klappen. Sollte eigentlich klappen. Was ist das? Sie sehen so viele Zauns. Man weiß gar nicht, was das ist, ey. Das ist echt so. So. Acht. Sieben die Sekunde, hä? Muss man das verstehen, was die damit meinen? Ein Keim ist aufgetaucht. Okay. Macht Honig, 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 Honig. Man verkauft ja praktisch eigentlich Honig, ne? So, jetzt brauche ich noch ein bisschen. Ich gehe jetzt erstmal zu diesem blöden Bär. Was auch mal das sein soll, hier. Oh, hallo. Gib dem Schwarzbär das Geschenk. Sprich mit dem Schwarzbär. Ne, ich will das gehen. What you got me this year? Ja, wow, 12 Phonik. Du magst es, glaube ich. Ja, interessiert mich nicht. Den, 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 den. Warte, auf was? Wo ist denn das? Hier ist ein Geschenk 4. Oh, hier liegt was. Ne, hier ist nix. Mann, dass man hier nicht so schnell laufen kann, nervt mich. Was ist damit? Sammle irgendwie tausend Dengst du. Egal. Hm, ja. Ach, da ist ja noch so ein blödes Ding. Ach, hier ist die Eins. Du brauchst einen Tegel, dann nimmst du ihn sofort. Aha. Okay, okay, okay. 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 Da oben ist irgendwas. Irgendwas ist da oben. Wo ist jetzt dieser Tannenbaum? Das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe das nicht ganz. Also da ist dieser Bär. Irgendwo muss dann doch so ein Baum sein. Irgendwo muss ein Baum sein. Was ist das hier eigentlich? Trete der Gruppe bei... Äh, Gruppe wie... Swarm-Demater-Club. Weil, um den Honigspinner zu verwenden. Okay. E-Shop öffnen. So. Jetzt kaufen. So. Das würde 5000 kosten. Ah, ja. Das kostet 800. Okay. Ich habe eine Quest fertig. Shop verlassen. Ja. Abgeschlossen. Sammelt 1000 weiße Pollen. Ach, soll man dann zu so einem Bär gehen? Ach, man soll zu einem Bär dann gehen. Okay. Aber was ist hier collect? Ja, ich weiß, was das ist. Aber wo? Oh. Hm. Yo, was... Wie macht der das alles? Oh. 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 Meine Bienen greifen an. Au. Greift sie an. Bienen. Tot. Aber wo ist meine andere Biene? Was habe ich jetzt bekommen? Oh. Oh. Noch mehr. Das ist eine. Ah, scheinbar ist die eine... Ah, die eine ist, glaube ich, da hinten, ne? Ja, die geht da gerade hinten hin. Irgendwas ist mit der anderen Biene. Wahrscheinlich ist die irgendwie... Irgendwas hat die. Ach, das ist Level 2 Biene, glaube ich jetzt. Oder? Kann das sein? Irgendwas bedeutet auf jeden Fall die 2. Ah, da kommt sie. Hi. Hi, Bini. Biene, Biene, Biene. Ah, jetzt habe ich so Ballons. Aha, aha, aha. Okay, das ist... Ja, das ist die Level 2 Biene. So, nimmt mein Honig. Nimmt mein Honig. Ich hole mir jetzt definitiv noch eine Biene. Dass ich drei Bienen habe. Und dann hole ich mir die neue, äh, Dings. Oh. Kann ich gar nicht, weil ich 2.400 brauche. Okay, das heißt, Bienen kosten auch immer mehr. Okay, ich verstehe. Warum habe ich denn das noch? Also, das sind so Bären, glaube ich. Da muss ich dann hingehen und das dann abgeben. Shop öffnen. So, dann hole ich mir jetzt erstmal... Das hier. Und jetzt kann ich danach mir nämlich... Ähm, eine neue Biene holen. Das will ich auf jeden Fall auch tun. Ne, wird schon eine neue Biene. So. Warum sind die so diese... Warum, warum? Ich bekomme nix. Ah, jetzt. Jetzt wird es angezeigt. Da sind meine 2 Bienen. Okay. Warte. Opsala. Quests. Make 1000... Ja, sammelt 3 Sonnenblumen-Samen-Token. Collect 1 Token von Leaves. Collect 3 Snowflake-Tokens. Use 3 Snowflakes. Okay. Sammelt rote Pollen. Ja, hier. Achso, ich bin voll. Okay, okay, okay. Okay. Du liebst du, die da da. Du Honig machen. Machen sie Honig. Abzeichnen. Wenn ich eine Million Honig gemacht hab. Entschuldigung, aber ich war gerade müde Ich bin müde, oh Okay Okay, es kostet tatsächlich 2.500 Dann würde ich sagen, das machen wir in einem zweiten Teil Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da Schreibt auch gerne was in den Kommentaren Schaut auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen, schönen Tag Haut rein Leute, euer Stando Ciao, ciao